Hallo ihr Lieben, heute wieder um 18 Uhr ein Faktencheck zu Corona. Ich lasse heute im Standard im Japan, da wurden ja keine Gegenmaßnahmen gemacht und alles ist dort ganz normal, überhaupt kein Corona. Und im Standard steht dann, weil sich die Menschen nicht dort so die Hände geben. Wieso sich das Semmelweis im Grab umdrehen würde und wie wir da verarscht werden und was das eigentlich für Fragen aufwirft, nämlich glauben das wirklich? Ich glaube, dass unsere intellektuelle Schicht, wenn sie den Standard liest, all das und noch viel mehr, heute um 18 Uhr, bitte teilt es, bitte vernetzt es euch. Nur so werden wir gemeinsam das Ganze lösen können. Sagt es euren Freunden, kritische Kommentare sind willkommen. Wir wollen ja den Dingen auf den Grund gehen. Alles Liebe!